Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrtes Publikum, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Show vom Zirkus Minichus. Wir präsentieren Ihnen heute unsere beiden sensationellen, jonglierenden Tiere, Jan Rieck und David Hasseljohn, unsere beiden tollpatschigen, aber noch witzigen Clown, Sebastian Hauses und mich, Nicomai Pulis, und unsere weltberühmte, atemberaubende Akrobatten, Daniel Adam! Vielen Dank für den Applaus und den Spaß bei unserer Show. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.